Seru Girasie hat nach seiner Verletzung nun die ersten zwei Spiele für seinen neuen Arbeitgeber, den BVB, absolviert und konnte dabei noch nicht so wirklich überzeugen, noch nicht ganz an seine Leistung aus Stuttgarter Zeiten anknüpfen, was aber völlig verständlich ist. Dennoch sieht man schon sehr gute Ansätze, warum er den BVB auf jeden Fall deutlich verbessern könnte, wenn er dann wieder 100% fit ist und genau das zeige ich euch in diesem Video. Zunächst einmal, ja ich habe den Transfer von Girasie zum BVB auch teilweise kritisch gesehen, da er einerseits verletzungsanfällig ist und vor allem beim VfB so gut funktioniert hat, da das System perfekt auf ihn ausgelegt war. Allerdings, wenn man jetzt die ersten Spiele so unter Schahin gesehen hat, dann ist dort genau dieser Spielertyp auch gefragt und wird sogar benötigt, denn man konnte ganz klare Unterschiede in der Leistung der gesamten Mannschaft erkennen, wenn er gespielt hat und wenn er nicht gespielt hat. Und er macht einfach mit seiner Spielweise die gesamte Mannschaft besser und genau das, wie ihm das gelingt, analysiere ich jetzt anhand Spielszenen aus seinen zwei bisherigen Spielen gegen Brügge und Heidenheim. Arbeiten wir das nach und nach auf, muss man zunächst einmal festhalten, dass er eine klare physische Präsenz hat, immer wieder Gegenspieler bindet, mindestens einen, meistens sogar zwei. Hier in dem Fall in der ersten Halbzeit gegen Heidenheim war es zwar auch der taktische Plan vom Gegner, dass immer beide Innenverteidiger an Girasie dran waren, aber grundsätzlich schafft er es immer wieder gut, Gegenspieler zu binden, selbst wenn das nicht der klar vorgegebene Plan des Gegners ist. Wie Girasie allein dadurch Räume für seine Mitspieler kreiert, zeige ich euch gleich noch in Spielszenen, aber grundlegend kann man auch noch festhalten, dass er auf jeden Fall auch eine Option für Flanken ist. Klar, der BVB forciert das nicht unbedingt, aber er ist der einzige Spieler, der so wirklich als Zielspieler für Flanken fungieren kann. Das hat man zum Beispiel hier bei seinem Seitfallzieher gegen Heidenheim gesehen. Diese Funktion als Zielspieler ist aber nicht unbedingt bei Flanken extrem essentiell für den BVB, sondern wenn man wie hier von Heidenheim im Laufe des Spiels dann deutlich aggressiver Mann gegen Mann angelaufen wurde, dann kann man es natürlich nicht immer spielerisch hinten heraus lösen. Dementsprechend hat Girasie vorne ein Outlet geboten für lange Bälle, den kann man da anspielen, hoch, er kann den Ball verarbeiten, weiterleiten, natürlich gewinnt auch er nicht jedes Kopfballduell, in dem Fall auch nicht, aber die Wahrscheinlichkeit ist bei ihm auf jeden Fall deutlich höher wie bei allen anderen Mitspielern im Kader, zumindest den Offensivspielern. Hier ist dann aber mal ein erfolgreiches Beispiel, Girasie bekommt den langen Ball von hinten heraus, leitet ihn per Kopf weiter auf Adeyemi, der dann auf groß einlegt und so hat man schon den nächsten Angriff eingeleitet. Aber auch flach bietet er dir immer wieder einen Ausweg, wenn du zugestellt bist, hier hat Schlotterbeck eigentlich keine Passoptionen mehr im Spielaufbau, Girasie kommt dann aber entgegen aus seiner Sturmposition, lässt sich fallen und Schlotterbeck kann ihn diagonal ins Zentrum anspielen. Und dann in dieser Szene kommt eine seiner größten Qualitäten zum Tragen, nämlich das Aushalten von Druck. Viele Spieler, die entgegenkommen mit dem Rücken zum Tor, leiten den Ball dann eben direkt weiter oder nehmen ihn kurz an, Girasie ist da etwas anders, in den meisten Fällen wartet er ab, bis der Gegner an ihm dran ist und er wirklich den Druck spürt, aber er ist nicht so, dass er dann direkt zusammenbricht oder den Ball nicht mehr halten kann, Er kann diesen Druck einfach aushalten und leitet den Ball erst dann weiter, wenn er den Druck spürt und das ist halt eben eine seiner größten Stärken, da der Gegner dann eben direkt an ihm gebunden ist, dennoch keine wirkliche Chance auf den Ball hat und nicht direkt auf den Spieler weiterpressen kann, den Girasie dann mit seinem Pass anspielt, schirmt den Ball gut ab. In dem Fall leitet er weiter auf Gittens, der dann eine Menge freien Raum vor sich hat, da der Gegenspieler, der auf Girasie rausgezogen ist, nicht mehr eingreifen kann. Und diese Fähigkeit kann er nicht nur im mittleren Spielfelddrittel, sondern auch im letzten Drittel einsetzen, zum Beispiel auch im gegnerischen Strafraum bekommt er den Pass, kann den Ball abschirmen und dementsprechend den Ball in den eigenen Reihen halten. In dem Fall ist ihm das nicht gelungen, er verspringt ihm da, aber ich glaube, das ist in vielen Szenen hier der Fall, die ich zeige, da hat er oft noch den Ball verloren, aber wenn er dann wirklich bei voller Fitness ist, dann kann er das deutlich öfter verwerten und seine Qualitäten einbringen. Girasie ist dementsprechend ein mobiler Fixpunkt, so würde ich ihn bezeichnen, da er immer wieder Gegner bindet, dabei aber nicht auf das Sturmzentrum beschränkt ist, sich immer wieder fallen lässt, auch mal raus auf den Flügel, aber vor allem zentral ins Mittelfeld. Gegner bindet, Räume für seine Mitspieler kreiert, sieht man zum Beispiel hier, er bekommt den Pass, sieht den Innenverteidiger von Heidenheim auf sich, leitet dann aber direkt weiter. Auch hier das gleiche Muster, bekommt einen Pass von der ersten Aufbaulinie, leitet dann direkt weiter auf Brand und hinter ihm hat er den Gegenspieler aus der Abwehrreihe rausgezogen und so für Unordnung beim Gegner gesorgt. Keine Sorge, es kommen schon noch Szenen, wo das dann auch zu direkten Chancen oder auch Torerfolgen führt, aber jetzt erstmal noch in der Theorie, da muss man auch sagen, Girasie hat immer einen Blick für den freien Raum, erkennt wo Räume aufgehen und bespielt diese dann auch, lässt sich genau dorthin reinfallen und das macht ihn halt auch zu einem sehr intelligenten Spieler. Hier orientiert er sich schon zum Ball, Dortmund spielt dann aber erstmal über den Flügel mit Benze Baini zu Mahlen, der wiederum lässt dann klatschen auf Girasie, der sich fallen ließ und dementsprechend wieder den rechten Innenverteidiger Mainka von Heidenheim rausgezogen hat und so auch ein großes Loch in der Abwehr von Heidenheim kreiert hat, in das Mahlen hier auch hineinstoßen könnte, ist in dem Fall nicht geschehen, aber das Prinzip sollte eigentlich klar sein. Hier zum Beispiel erkennt er den freien Raum, der für ihn geöffnet wird, Brandt wird hier von Meloni gedeckt, bewegt sich dementsprechend aus dem Passweg zu Girasie heraus, öffnet also den Pass und Girasie bekommt ihn dann, kann ihn festmachen und in den eigenen Reihen halten, zieht auch wieder einen Gegenspieler aus der Abwehrreihe heraus. Und gerade mit so schnellen Spielern wie Adeyemi und Mahlen an seiner Seite, die immer wieder diesen Raum ausnutzen können, kann das potenziell in der Zukunft auf jeden Fall sehr gefährlich werden, auch wenn man so jetzt noch nicht unmittelbar zu einem Torerfolg oder zu Chancen gekommen ist. In dem Fall gegen Brücke zieht der Linksverteidiger auf Rierson raus, Adeyemi will diesen freien Raum nutzen, der Sechser geht mit Adeyemi mit, somit öffnet sich der komplette Sechserraum, Girasie lässt sich dort hineinfallen, verliert dann zwar den Ball, aber grundsätzlich sieht man schon die Ansätze, dass er das Spielverständnis mitbringt und dann halt eben auch gefährliche Angriffe einleiten kann. Ein weiterer Aspekt ist, dass er seine Mitspieler auf jeden Fall besser macht, zum Beispiel hier im Spiel gegen Heidenheim, da spielt Brandt den Steckpass, Girasie lässt ihn absichtlich durch für Adeyemi, durch die Gegnerbindung kommt noch kein Gegner dran, Adeyemi ist außen durch, legt dann nochmal quer, allerdings will er hier Girasie das Tor gönnen, was die komplett falsche Entscheidung in dieser Situation war, denn ich glaube Girasie läuft ja bewusst durch mit Tempo, um den Raum hinter sich für Mahlen zu öffnen, der wäre da komplett frei gewesen, da beide Verteidiger von Heidenheim an Girasie orientiert sind, daher hätte Adeyemi zurückgelegt zu Mahlen, wäre das wahrscheinlich besser gewesen, da Girasie für Mahlen diesen Raum geöffnet hat, so kommt Girasie halber dran und verstolpert den Ball, weil er auch nicht perfekt kommt, beziehungsweise Girasie eigentlich gar nicht selbst zum Abschluss kommen wollte und nur den Raum für seine Mitspieler kreiert hat. Bei der Gegnerbindung bringt er sich auch immer aktiv ein, selbst im gegnerschen Strafraum, hier zum Beispiel Brandt geht aus dem Zehnerraum raus, öffnet diesen für Mahlen, der von Adeyemi bedient wird, dann müsste eigentlich einer der Heidenheim-Verteidiger aus der Kette raus, aber Girasie stellt sich bewusst vor ihn, orientiert sich am Verteidiger, sodass der nicht direkt rausstürmen kann, öffnet somit auch gewissermaßen den Raum für Mahlen, der hier den Abschluss nimmt und am Tor vorbeisetzt. So war Girasie auch in der Entstehung aller Tore des BVBs, wenn er auf dem Platzstand beteiligt, das schauen wir uns jetzt mal genauer an, hier das 1 zu 0 gegen Heidenheim, da lässt er sich zunächst fallen, bekommt den Ball, da verliert man zwar den Ball zunächst, aber der BVB holt ihn sich zurück und dann ist es wieder so, dass er im Strafraum die Gegner klug bindet, klar, das Tor fällt vielleicht auch so, aber ich glaube schon, dass er da gewissermaßen einen Einfluss auf die Verteidiger hat. Auch hier bringt er sich aktiv ein, ist zwar nicht direkt am Tor beteiligt, hat er keinen Ballkontakt, aber Dortmund kontert, Girasie erkennt den Raum vor Brandt, den er frei macht, damit Brandt in diesen hinein kann und dann Adeyemi schließlich bedient, geht also bewusst vom Ball weg, um den Raum für Brandt zu öffnen und letztendlich spielen sie es gut aus. Auch bei diesem Adeyemi-Tor, da ist es Riason über rechts, Girasie geht zum Ball hin, lässt ihn aber dann absichtlich durch, wie schon vorhin, dementsprechend kommt noch der Heidenheim-Spieler, der von ihm gebunden ist, nicht mehr an den Ball, der dann zu Adeyemi kommt, der das 3 zu 1 erzielt. Gehen wir über zum Spiel gegen Brügge und schauen uns das 1 zu 0 von Gittens an, an dem Girasie auch nicht wirklich beteiligt ist, aber seinen Einfluss auf die Aktion hat. Brandt spielt hier zurück auf Emre Can, Girasie erkennt das, bewegt sich vom zentralen Verteidiger direkt raus auf den äußersten Verteidiger von Brügge, um dann halt eben den Pass auf Gittens zu öffnen, dass der nicht unmittelbar Gegnerdruck bekommt. Sieht man hier, klar Brügge verteidigt es auch nicht so gut, weil der äußerste Mittelfeldspieler nicht in die letzte Linie rückt, aber Girasie macht es extrem stark, geht bewusst zum äußersten Brügge-Verteidiger in der letzten Linie und ermöglicht so das 1 zu 0 von Gittens. Und grundsätzlich hat man sich im Spiel gegen Brügge ja durchaus schwer getan, zumindest solange Mahlen vorne drin war als Stürmer, dem diese Rolle nicht unbedingt liegt, weil dieses System gewissermaßen darauf ausgelegt, dass da ein Spielertyp wie Girasie spielt, der da einfach extrem stark darin ist, sie fallen zu lassen, Gegner zu binden, Räume zu öffnen, aber auch selbst in Räume hinein zu gehen. Und deshalb hat es mit Mahlen zunächst nicht so wirklich funktioniert. Auch die gefährlichen Konter von Brügge aufgrund der schwachen Restverteidigung von Dortmund wären mit Girasie vielleicht auch geschehen, aber mit ihm hätte man einen Spieler gehabt, der offensiv die Pässe nach vorne auch mal eher festmachen kann, wie die anderen Offensivspieler. Vielleicht wäre man mit ihm das ein oder andere Mal weniger in einen Konter gelaufen. Das kann man natürlich nicht nachweisen. Was aber erwiesen ist, ist, dass das Spiel mit ihm dann deutlich besser wurde und man dann ja auch zu drei Torerfolgen vorne kam, offensiv deutlich gefährlicher wurde. Und ich glaube, das ist mit seiner Präsenz, wie er sich einsetzt, einfach relativ leicht zu erklären. Hat dann, wie man es von ihm kennt, in dem Fall zum Beispiel beide Innenverteidiger gebunden, was wieder Räume für die Mitspieler öffnet. Wir wissen es mittlerweile. Und ist dann eben selbst auch in gefährliche Aktionen gekommen, eingesetzt worden. Hier zum Beispiel einen Tiefenlauf. Gittens bedient ihn relativ glücklich. Kommt er dann zum Ball, macht es dann nicht gut, verstolpert den so ein wenig, kommt dann nicht zum Abschluss. Aber anstattdessen, dass er dann den Abschluss erzwingt, obwohl er nicht mehr wirklich in der Position ist, hält er den Ball in den eigenen Reihen. Der BVB kann den Angriff neu aufbauen, verlagert auf die ballferne Seite zu Gittens, der dann das 2 zu 0 erzielt. Und diese Läufe hinter die Abwehr, die kann er durchaus. Natürlich hat er nicht das Tempo, um wirklich über Konder extrem gefährlich zu sein. Aber er ist nicht nur ein Spieler, der entgegenkommen kann. Er kann durchaus auch mit gut getimeten Läufen in den Rücken der Abwehr. Zum Beispiel dann hier. Klar, Brücke macht auch so ein bisschen auf. Brandt bedient ihn aber gut mit dem Steckpass. Gira Sieh ist durch, zieht den Elfmeter und verwandelt ihn dann, feiert seinen ersten Torerfolg für den BVB. Und ich glaube, da werden noch viele Tore folgen. Wenngleich diese Analyse so ein bisschen verdeutlicht hat, dass er nicht nur an Toren und Vorlagen gemessen werden sollte. Grundsätzlich, selbst wenn er keine Torbeteiligung hat, macht er, wie ich finde, das Spiel des BVB deutlich besser. Nicht umsonst waren die besten Saisonleistungen der gesamten Mannschaft, wenn er auf dem Feld war, sowohl gegen Heidenheim, bis er ausgewechselt wurde, als auch gegen Brücke, als er dann im Spiel drin war und eingewechselt wurde. Dazu kommt, dass er noch nicht hundertprozentig fit ist, hat er noch einige Ablage, Abspielfehler in seinem Spiel drin. Und wenn er da verletzungsfrei an seinen Peak kommt, sich das Zusammenspiel mit den Mitspielern noch verbessert, sich das Verständnis verbessert, dann kann er den absoluten Unterschied für den BVB machen und einer der Top-Stürmer der Welt sein. Das soweit mal meine erste reine Spieleranalyse zu einem einzelnen Spieler. Schreibt mir bitte gerne in die Kommentare, wie euch das gefallen hat, ob ihr mir zustimmt und gerne auch Vorschläge für andere Spieler, die ich mal unter die Lupe nehmen soll. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne ein Like oder Abo da und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, haut rein und ciao!